Hi, my lovelies. It's me. Miss me. So schön, dass du da bist, my lovely. Also, ja, in diesem Video geht es um dich, denn ihr habt mir richtig, richtig süße, 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 super süße Kommentare hinterlassen unter dem vorletzten. Warte, ich sag euch, guck mal. Ich glaube, das war das vorletzte Video. Es heißt, es hieß, oder es heißt, tingly sleep aid in bed. Ja, genau. Also, in diesem Video, das heißt, tingly sleep aid in bed, friend helps you fall asleep, habe ich euch gesagt. Ich werde einfach mal ein paar Kommentare herauspicken und vorlesen, so als kleine Gute-Nacht-Geschichte. Ja, natürlich lese ich auch die Namen vor. Und mir ist auch schon direkt eine neue Idee gekommen. Ich weiß nicht, ob ihr Bock habt, aber wie wäre es denn mal, wenn wir, die Miss Me Family, eine eigene Gute-Nacht-Geschichte, also eine richtig süße Gute-Nacht-Geschichte kreieren. Und zwar würde ich ganz klassisch in den Kommentaren unter diesem Video anfangen mit Es war einmal. Und jeder darf einen süßen Satz hinschreiben, der dann immer wieder fortgeführt werden kann. Ja, mit den nächsten Kommentaren halt. So, dass daraus eine vielleicht süße, witzige Geschichte entsteht. Und ja, also, derjenige, der Bock hat, darf gerne mal direkt unten in den Kommentaren schauen. Zum Glück kann man jetzt auch jederzeit immer refreshen, so dass man auch sehen kann, wer schon an der Geschichte weiterschreibt. Und ja, ich bin super gespannt auf eure Kreativität. Und ja, die Geschichte würde ich dann natürlich auch wieder in einem nächsten Video vorlesen. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Aber erst einmal geht es jetzt um eure lieben Kommentare zum Einschlafen. Und ich würde natürlich auch, ich habe hier diese Brush, womit ich, während ich vorlese, mal gucken, ob das irgendwie klappt. Also, so ein bisschen Brushing Sounds. Werde hier. How are you? Any other? No other. Brushing Sounds. Whatever. Brush. Guck, guck, guck. Also, Selina H. War die erste. Mit Juhu. Ein neues Video. Marianne Zoe Adler. Okay, ich habe keinen so richtigen Plan, wie du das meinst, mit Namen hinterlassen. Aber Marianne Zoe. Und ich habe dich ganz doll lieb. Kartöffelchen. Du süßes Fläumchen. Ich, ah, der Web. Oder der Web. Der Web. Ich liebe deine Videos. Und die sind immer perfekt zum Schlafen oder Entspannen. Und kannst du meinen Namen, Asunda, im nächsten Video vorlesen? Hallo, Asunda. Tick, 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 tick. So, was kommt dann? Mein Name ist Maria Katharina. I love you. Melanie. Kar, Melanie. Johanna Coendes. Johanna. Oder, nee, Joanna. Ich glaube, es ist Joanna. Sina, Sina, würde mich mega freuen. Bist unglaublich sympathisch. Nur wie süß. Ihr seid echt alle so der Wahnsinn. Ich muss nochmal kurz dazwischen werfen, dass ihr einfach die aller, aller tollste, beste, liebevollste Community für mich seid, die ich mir je hätte wünschen, erträumen können. Also, danke, schonmal ganz viel Liebe, falls du nämlich gleich einschläfst, das wollte ich unbedingt noch loswerden. Und am Ende, weil ich lese ja immer fleißig eure Kommentare, jemand hat sich eine Umarmung gewünscht. Und deswegen, vielleicht erinnerst du mich gleich nochmal dran, wenn ich fertig bin mit den Kommentaren, dass ich euch auf jeden Fall, oder hier, eine Umarmung auf jeden Fall noch geben möchte. Also, damit du gut einschlafen kannst. So. Sorulna. Nee, Sorina. Entschuldigung. Sorina. Juhu, ein neues Video, was ich noch nicht angeschaut habe von dir. PS, mein Name ist Sorina. Wenn ich könnte, wie sollte, sollte ich es können. Wenn ich es muss, möchte ich es nicht, aber ich möchte es. Aber möchte ich es, dann muss ich es nicht. Okay, nee, das muss ich nochmal vorlesen. K.Reunitz schreibt, wenn ich könnte, wie sollte, sollte. Wenn ich es können, wenn ich es muss, möchte ich es nicht. Aber möchte ich es, dann muss ich es nicht. Vielleicht hast du, Miss Mia, Lust, das vorzulesen. Liebste Knottelgrüße, Katharina. Oh mein Gott, ist das süß. Knottelgrüße zurück, Katharina. Ähm, ich heiße Shirin. Ah, okay. Hi, Shirin. Alea. Ah, sofort Gänsehaut, als du über diese Bürste strichst. Als du über diese Bürste strichst. Strichst. Du bist hübsch und sympathisch. Und jetzt soll ich irgendwie noch einen Namen hinterlassen. Verstehe ich irgendwie nicht, aber ich heiße Magdalena. Danke, Magdalena. Chiara. Tencens schreibt, du bist die beste ASMR-Youtuberin. Sehr gut zum Entspannen, Chillen, Einschlafen und Runterkommen. Von Tencens. Peace. Oh, wie lieb. Danke, Tencens. Gute Nacht an alle, die das lesen. Ihr seid die Besten. Und ob ihr das seid. Ich schaue mir das Video erst heute Abend an, Brian. Aber wie zuckersüß siehst du denn bitte schon auf dem Foto aus? Zum Anknabbern. Ihr seid echt so süß. Marleen schreibt, in Anführungszeichen, ganz einfach, weil ich's cool finde. Ha, irgendwie voll süß. Wieder ein sehr schönes Video. Ich bin bei 5 Minuten und weiß nicht, wie ich die 35 Minuten ohne Einschlafen aushalten soll. Ich weiß leider nicht, was für Würde oder so du sagst. Mir fällt nichts ein. Außer, dass du toll bist. Dies, das. Aber das weißt du ja schon. Deine Schnecke ist selbstverständlich auch toll. Das kannst du sagen. So süß. Hey, ich bin ganz verrückt nach euren Kommentaren. Sie sind so wunderschön und einfach perfekt. Ihre Stimme ist wunderbar. Schreibt Christiana. Christiana. Oh, Christiana. Alles klar. Baris Kaplan schreibt, ich kann nur das hier sagen. Doppelpunkt. Ich liebe dich und deine Videos so sehr. Danke für deine tollen Videos. Danke dir. Danke dir für den lieben Kommentar. Tensens schreibt nochmal. Hi, bin wieder am Start. Man kann keine anderen ASMR-Youtuber mit dir vergleichen. Das ist halt echt so geil, wirklich. Danke. Wie ich schon seit 5 Minuten auf das Video warte. Schreibt Sprite. X Sprite. Zoe Marie schreibt. Oh, alles in Großbuchstaben. Oh, wow. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Hast du in dem Sinne ja schon. Danke. Die liebe Lotta schreibt. Lotta. Ich habe gerade ziemlich viele Probleme um mich herum und Stress. Doch du bist die einzige Person, bei der ich lachen kann, mich entspannen kann und mich wohlfühlen kann. Auch wenn wir uns nicht kennen, ich werde dich immer wieder verfolgen und fleißig kommentieren. Ein großes Dankeschön an dich. Mein Name ist Lotta. Oh, mein Gott. Danke, liebe Lotta. So, so lieb von dir. Es freut mich sehr. Jeon Jungkuk. Jungkuk. Jeon. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Hallo, Jeon. 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 Ich finde es so toll, wie viel Mühe du dir gibst und auch versuchst, unsere Wünsche zu erfüllen. Hab dich ganz toll lieb. Deine Loredana. My lovely. Ach, Mensch. Okay, Loredana. Hätte ich vielleicht mal vorher sehen müssen, dass du deinen Namen in den Kommentaren schreibst. Lilly Hässler schreibt, wie geht's? Oh Gott, ich hab wieder Langeweile. Aber da hab ich gesehen, dass du wieder ein neues Video hochgeladen hast. Ich beim Angucken. Oh, super sweet. Hey, Leute, danke. Danke, liebe Lilly. Ach, und dann schreibt Lilly Riedel. Perfektes Timing weiter so. Kontra. Also, Stefan, sehr schönes und entspannendes Video. Mein Name ist Stefan. Liebe Grüße. Bin direkt eingeschlafen. Schreibt Mitzkin. Mitzkin Papyr. Danke. Also, Mitzkin Papyr. Bin direkt eingeschlafen. Danke. Phantom Niklas schreibt. Einfach die Hübsche. Oh Gott, die sind so süße. Das Video ist wieder so entspannt. Mach weiter so. Schreibt Kinox. Oh Gott. Peggy Swag. Peggy schreibt, du bist die hübscheste Person der Welt. Du bist die hübscheste Person der Welt. Bist auch der beste Mensch auf der Welt. Liebe deine Videos. Mach weiter so. Ey, so viel Liebe. So viel Support. Weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Tausend Dank. Stephanie Kribbel schreibt. Du bist so ein toller Mensch. Bleib so, wie du bist. Höre dich immer im Bett zum Einschlafen wie eine beste Freundin. Das macht mich so glücklich, sowas zu hören, weil letztendlich, ja, sind wir eine, wie eine, so eine Community, eine Familie. Und wenn ihr sagt, ich wäre irgendwie wie eine Freundin oder auch Mama, habe ich auch schon gehört, finde ich das super sweet. Und das zeigt einfach, ja, was für ein gutes, ja, nicht, wie soll ich das erklären? Ja, wie verbunden wir eigentlich sind. Auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, aber irgendwie doch so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ich finde es schön. Ich genieße das jetzt einfach mal. Nicolechen schreibt. Ein sehr, sehr schönes Video. Auch die Hintergrundmusik ist echt gut gewählt. Ich mag es sehr. Freut mich sehr. Danke, Nicolechen. Emma schreibt. Du bist wunderschön. Hör auf. An dir zu zweifeln. Du bist wunderschön und perfekt, so wie du bist. Danke, liebe Emma. Das solltet ihr auch. Lasst euch bloß nicht runterziehen. Also Leute, das muss ich euch auch nochmal sagen. Glaubt an euch selbst und verbreitet Liebe und, ja, eure, eure positiven Gefühle und lasst euch bloß nicht runterziehen. Und jeder hat mal einen schlechten Tag. Das ist absolut normal. Aber wenn ihr Liebe verbreitet, bekommt ihr auch ganz viel Liebe zurück. Und deswegen haltet einfach Abstand von den Menschen, ja, die euch nicht gut tun. Und verbringt Zeit mit den Menschen, die euch gut tun. Das macht, das wird euch einfach glücklich machen, ja. Georgios, Georgios. Ach, Vicky, alles klar. Georgios, okay, Vicky. Ich liebe dich, du bist die Beste. Herzchen, 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 Herzchen. Du bist so, so lieb. Bleib so, wie du bist, denn besser geht es nicht. Und bleib gesund. Bleibt auch alle gesund. My Lovelies, bleibt alle schön gesund, ja. Passt gut auf euch auf. Mathilda, noch nie so früh. Feier dich so. Danke, Mathilda. So, die letzten drei würde ich mal sagen, oder vier. Sina Cookie schreibt, ich finde es echt süß, wie viel Mühe du dir gibst und wie viel Zeit du für uns investierst. Ah, und diese Steinchen. Love it. Hab dich lieb. PS heißt Sina. Danke, liebe Sina. Ich komme aus den Grenzen gar nicht mehr raus. Phantom Niklas schreibt, einfach die Beste. Mein Gott, wie süß. Ey, danke, Niklas. Sie Magination. Aga Juliana. So eine gute Seele. Auf viel lieb, Juliana. Danke. Danke, danke. Clara Potter. Ich liebe dein Lachen. Oh Gott, muss ich direkt lachen. Ihr seid echt die Besten. Oh mein Gott. Jolin Cool schreibt, lies bitte vor, Doppelpunkt. Hallo, ich bin Jolin und ich liebe deine Videos, Mina. Ja, okay, habe ich gemacht. Habe ich ja nochmal Glück gehabt, dass ich das gelesen habe. Rose Maroff schreibt, ich liebe deine Videos, love you. Romy Hi schreibt, es wäre mega nice, wenn du meinen Kommentar vorlesen könntest. Jetzt kommt's, aufgepasst. Zuckerwatte. Zuckerwatte. Sleep. Und Popcorn. Liebe Grüße, Romy. Also Romy, du bist mein Rainer. Leo Luca schreibt, thank you Mina. I was really in need of relaxing video for my afternoon nap. Thank you, Leo Luca. I'm super glad that you could enjoy the video. And get relaxed, of course. Martina schreibt. Martina schreibt, du bist so sympathisch und perfekt, wie du bist. Ich liebe deine Videos und finde es echt toll, wie viel Mühe du dir mit deinen Videos machst. Liebe Grüße, Sarah. In YouTube-Namen steht Martina. Ist aber Sarah. Sehr cool. Danke, liebe Sarah. Okay. Also, ähm... Elena Droste schreibt, liebe deine Videos. Höre sie immer zum Einschlafen. Funktioniert auch immer. Kuss. Deine Live-Videos sind am besten. Oh. Dankeschön. Ja, ich bin ja auch sonntags immer live auf YouTube und Montag, Mittwoch, Freitags live auf Twitch um 18 Uhr. Äh, ja, ich freue mich auf euch. Ähm... Angelina schreibt, sie ist so eine liebevolle Person und so zuckersüß. Hut ab, dass du dir so viel Zeit nimmst, um die Kommentare zu lesen und zu beantworten. Du hast meinen vollsten Respekt. Ich konnte super entspannen. Danke, liebe Angelina. Okay, Leute. Also, hier kommen noch ein paar Relax Your Mind von Lilly. Sehr... Peter schreibt, sehr entspannt. Chillig zum Runterkommen und sehr gute Sounds. I love you. Team Miss Me. Hashtag Team Miss Me. Und ich sag immer, Hashtag Miss Me Fan. Katharina schreibt, ich liebe deine Videos. Die sind so entspannt und wunderschön. Ich chille immer im Bett mit der Sleepy Me Tasse und schaue deine Awesome Air. Hashtag Miss Me Fan. Du bist perfekt, Mina. Ihr seid alle so zucker. Oh mein Gott. Ähm, okay. Also, vielleicht, ähm... Da kommen noch so viele. Ich sage... Tausend Dank für die ganze Liebe. Für die ganze Liebe in den Kommentaren. Ey, heftig. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr macht mich jedes Mal so glücklich und sprachlos. Und mein Herz tanzt immer. Wenn ich eure lieben Kommentare lese. Und ich hoffe, du konntest richtig schön entspannen. Ach ja, danke für die Erinnerung. Ich wollte dir ja noch eine gute Nacht wünschen. Und dir eine Umarmung geben. Bist du bereit? Komm mal her. Eine Umarmung für dich. Eine Umarmung für dich, mein Löffel. Ich hoffe, dass du gleich richtig gut reinschlafen wirst. Okay? Ich hoffe, dass du richtig schön entspannen konntest. Richtig entspannt einschlagen kannst. Und was richtig schönes Träumen wirst. Liebe euch. Ganz viel Liebe für euch. Und danke, danke, danke. Und ja, ich bin mega gespannt auf unsere Miss Me Fam Gute Nacht Geschichte. Wie gesagt, unten habe ich mit Es war einmal angefangen. Und es reicht schon, wenn jeder einen kleinen Satz schreibt. Und ich hoffe, daraus entsteht eine mega crazy lustige, super süße Gute-Nacht-Geschichte, die wir zusammen kreieren als Miss Me Fam. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf und liebe euch. Love you. Gute Nacht und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Liebe sie jetzt! Vielen Dank.